Die neue SHARE MH10 Micro. Die erste wassergeführte Dieselheizung mit großfreier Verbrennung, integrierter Frischwassererwärmung und einer Einbauhöhe von nur 30 cm. Mit der MH10 Micro holen Sie endlich das Maximum aus Ihrem Kraftstoff. Möglich gemacht durch eine innovative Brennkammer mit einem Wirkungsgrad von 94%. Und das bei einer völlig großfreien Verbrennung. So ist über die gesamte Lebensdauer keine Reinigung der Heizung notwendig. Die innovative Höhenanpassung von SHARE stellt sicher, dass Sie sowohl in den Bergen als auch an der See mit maximaler Leistung und trotzdem sauberer Verbrennung heizen. Auf zusätzliches Gewicht und zusätzliche Kosten für einen Frischwasserboiler können Sie mit der SHARE MH10 Micro zukünftig verzichten. Das Frischwasser wird komfortabel im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt. Und das, sobald Sie die Dusche aufdrehen und solange Sie wollen. So müssen Sie nie wieder Rücksicht auf lange Wartezeiten nehmen, wenn einmal die ganze Familie duschen möchte. Heizen Sie den Wohnraum Ihres Reisemobils oder Caravans mit der angenehmen Wärme einer wassergeführten Heizung. Durch natürliche Konvektion erwärmen Sie dabei das ganze Fahrzeug ohne störende Lüftergeräusche oder unangenehmen Luftzug. Die 10 Kilowatt Heizleistung garantieren dabei das blitzschnelle Aufheizen auch bei ausgekühltem Wohnraum. Steht Ihr Fahrzeug im Winterlager, sorgt die elektrische Heizfunktion mit bis zu 3 Kilowatt für Frostfreiheit. Die SHARE MH10 Micro wird anschlussfertig geliefert. Durch die standardisierten Halb-Zoll-Anschlüsse ist Flexibilität bei der Auswahl der Heizinstallation garantiert. Darüber hinaus ist die SHARE MH10 Micro nicht nur für Erstausrüstungen, sondern dank ihrer Bauhöhe von 30 Zentimetern auch für Umrüstungen bestens geeignet. So steht Ihrem gasfreien Fahrzeug nichts mehr im Wege. Komplettieren Sie die SHARE MH10 Micro mit dem passenden Zubehör. Beispielsweise für noch mehr Frischwasserleistung mit der Frischwasser Warm Plus Option oder der automatischen Abschaltung bei leerem Kraftstofftank mit der Auto Tank Control Option. Darüber hinaus statten wir Sie gern auch mit dem nötigen Equipment für Ihre Heizinstallation aus. Egal ob kompaktes Expeditionsmobil oder großzügiger Luxusliner. Wir bieten Ihnen Konvektoren, Handtuchheizkörper, Raumthermostate und alles, was Sie sonst für Ihr warmes Zuhause auf Rädern benötigen. Im Sinne unseres Nachhaltigkeitsversprechens lassen sich unsere Heizsysteme mit ökologischem Antifrostmittel auf pflanzlicher Basis befüllen. Und auch als Brennstoff können Sie jetzt schon auf Einsatz moderner E-Fuels setzen. Sprechen Sie uns einfach direkt an oder schreiben Sie uns. Ihr Team von SHEA steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.